Ich begrüße Sie zu Israelnetz TV mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Israelische Politiker haben entsetzt auf den tödlichen Anschlag in einer Synagoge in Kalifornien reagiert. Staatspräsident Riflin sagte, dies sei ein weiteres schmerzliches Zeugnis dafür, dass Antisemitismus zunehme. Ein 19-Jähriger war während einer Pessach-Veranstaltung in die Synagoge in Poway eingedrungen und hatte dort das Feuer eröffnet. Dabei tötete er eine 60-jährige Jüdin. Augenzeugen zufolge hatte sie sich schützend vor den Rabbi geworfen. Der Täter verwundete zudem einen Mann aus Israel und dessen 8-jährige Nichte. Die Familie war nach Kalifornien gezogen, um den Raketenangriffen aus dem Gazastreifen zu entgehen. Der Täter wurde festgenommen. Israel hat zwei syrische Häftlinge freigelassen. Die Armee bezeichnete die Aktion als Zeichen des guten Willens im Zusammenhang mit dem Fall des amerikanisch-israelischen Soldaten Sacharia Baumel. 37 Jahre nach dem Ersten Libanon-Krieg waren die sterblichen Überreste des verschollenen Soldaten von Syrien zurück nach Israel gebracht worden. Israel nimmt an der Expo 2020 in Dubai teil. Das teilte das Außenministerium mit. Die Israelis freuten sich darauf, ihren Erfindergeist und die Fortschritte ihrer Unternehmer in den verschiedenen Bereichen zu teilen, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Israel unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten. Seit einigen Jahren ist jedoch zu beobachten, dass sich die beiden Länder annähern. Rund 300 israelische Fallschirmjäger haben Übungen in Süddeutschland abgehalten. Für die Israelis war das Manöver auch deshalb wichtig, weil sie hier die Möglichkeit hatten, auf unbekanntem Terrain zu operieren. In dem kleinen Land Israel gäbe es kein Gebiet, in dem sie nicht schon trainiert hätten oder das sie nicht kennen würden, erklärte der Bataillon-Kommandeur Siesmann. Marokkanische Juden halten zum ersten Mal seit 50 Jahren Wahlen ab, um kommunale Vertreter zu bestimmen. König Mohammed VI. hatte sein Innenministerium angewiesen, die Wahlen zu unterstützen. Die bislang letzte Abstimmung der Juden fand im Jahr 1969 statt. Danach war die Stimmung in Marokko durch den israelischen Sieg im Sechstagekrieg 1967 zu feindselig geworden. Von einst 270.000 Juden leben heute noch rund 3.000 in dem nordafrikanischen Staat. Das war Israel Netz TV für diese Woche. Wir freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche wieder zu den wichtigsten Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion begrüßen dürfen. Das war Israel, was wir für die Woche wieder zu beenden. Wir freuen uns, wenn wir uns in der Lage sind. Untertitelung des ZDF, 2020